ist das baumwolle? ich krieg davon String was? ist das baumwolle, oder? ja, denke ich mal ach so, klar, Flachs fragt das nix? ja, ist das baumwolle, oder nicht? das ist halt so'n ja, so'n Stoff halt Stoff, ja mit Leinen und sowas oh, alter irgendwas passt ja nicht mit dem Server bei mir warum? das ist einfach so'n mega fettes Schneise, weil einfach nichts ist äh, das kommt, weil das liegt nicht am Service liegt an deinem Internet, weil du grad hochlädst oh, ok ach, hochladen? was? 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 ne oh zack alter nö jetzt weiß ich was ich vergessen hab was? ähm ja, ne ja die Axt ach so haha das Wichtigste ja, na gut kippe ich dir erstmal so von Hand aber es dauert doch lieber ähh hier Natur ne praktisch Natur ja ich will eigentlich auch relativ schnell so'n Extractor, oder wie das Ding heißt, bauen wir ja ziemlich viel Rubber kriegen ja grad für die Kabel, das ist halt wichtig oh ja ok, aber krieg ich, also das ist ja dann dieses Zeug, was man dann praktisch abzapft genau ja ja das kann ich, das krieg ich das nicht auch wenn du den einfach nur abbaust äh ne ach so, ich hab gedacht du musst schon mit dem, mit dem Haaren da dran ach so gut genau, der Min äh mit dem Haaren mit dem Haaren ich steh auf ach so, ok und du bist ein Arschloch was sooo so so dann, machen wir doch und, einfach kurz, zwei Äxte Lumbatsch, kommen die Strings rein äh äh Eisen haben wir jetzt 26 ja geil davon mach ich jetzt auch noch mal ein paar so so besseres Eisen, oder was auch immer das dann wird ja, refined ja, verbessert dann ja ich mach auch gleich mal ein paar Brote hm, ein paar Brote, ok ok ja sooo lol wtf blup sieben Wurden, ist das ach, ich weiß schon was sooo ein bisschen Brot und ein bisschen Fleisch und dann gehen wir wieder in die Klinik warte mal soll ich uns mal ein Rüstungsteil bauen wäre vielleicht nicht schlecht also ich hab mir schon Schuhe gebaut weiße ah, so ist das also ich wollte daraus so statische Schuhe machen ach so wenn ich für später dann ok ja, ja gut sooo ach, mein Ohr juckt ach, mein Ohr juckt ok 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 ach, Jetpack würde ich mal gucken was das braucht Jetpack Deal äh Electric also 4 von dem Refined Iron eine Bedbox und die wird aus Batterien gemacht und eine Bedbox ähm, eine Batterie braucht Tin Redstone wahrscheinlich und Redstone und Copper Cable ok und dann müssen wir das noch laden können irgendwie deswegen statische Schuhe unter anderem ok ach, man kann ja auch ach, warte mal man kann ja Solar Helm richtig kann man ja machen Solar Panel was braucht das Coal Dust ach, Coal Dust ach, Coal Dust was Kohlenstaub ja ach, wir können fällt mir grad zu ein wir können später auch Industrie-Diamant machen ok müssen wir nur rausfinden wie warum ich denke das wird echt ziemlich hilfreich ja, bestimmt was gibt es denn alles oh, ein Nuklearreaktor nice hau mal auf hau mal direkt auf äh 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 Natur ah, hier kommt Rohstoff Holz bisschen Holz nehmen wir auf jeden Fall mit oh Gunpowderpong äh so noch einmal ein Boot äh ähm weg da rein nachherzu ist glaube ich wieder dunkel ja, ich komme schon zurückgefahren gefahren Riggi, Junge gefahren ja, gefahren was mit dem Boot ach so ja was warst du äh rubber holen ach so das kann nett sein so zack ouch so ähm ja, ich hab mich da drüben selber versorgt ok mit Essen ich hab's Pilze hab ich lecker Pilzsuppe gegessen ähm ähm mmm oh, Werkzeug Werkzeug boah, das ist so ein scheiß Portal, alter lol bau den Dreck ab wie geht das? so ich weiß es gar nicht gut sein mal zu unserer Farm gehen und da ein bisschen ahja weiß weil dann ich kann nicht auch bald hier Viecher holen alter was ich hab grad nen Enderman gehört, alter sich hier rumgeportet hat komm her chicken ich geh her ah fein ich hol uns mal nen Haus chicken jawohl daddy daddy ist da du bist ja gar nicht da was? wer ist da? daddy wer? daddy daddy ach daddy ach daddy ne 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 ja freddy verstanden was machst du mit den Türen, Junge? machst das falsch ne, du machst das gleich falsch eben nicht die Türen wieder hin jetzt ist Bernhard da Bernhard ja, Bernhard ist da aber es geht nicht ja, genau deswegen guck, du machst es falsch jetzt stehen sie genauso wieder dran, wie ich sie reingemacht hab das ist ne, eben nicht, guck natürlich nein, grad eben ging nämlich die eine genauso auf wie die ja, gut ja, das das ist ja eigentlich egal, ne? nee, nee, nee das muss schon so sein eigentlich um also, ok äh, da können wir jetzt mal die Türen rein doll schwarze Wolle für was? einfach so ok ok uah es war wieder ausgepinnt naja, nicht wirklich so, ich mach mich dann mal wieder auf den Weg in die Höhle alles klar ich hab alles was ich brauch hey chicken, was geht auf den Weg in die Höhle einfach mal wieder auf den Weg kann die Höhle Vielen Dank.